Sophia Tomala gilt als die Sexbombe unter den deutschen Promis und das stellt sie auch mit ihrem unverschämt heißen Outfit von der diesjährigen Berlinale unter Beweis. Das 30-jährige Model lässt Männerherzen reihenweise höher schlagen und setzt alles daran, ihrem Ruf gerecht zu werden. Auch in Berlin enttäuscht uns die schöne Moderatorin nicht und sorgt mit ihrem Anblick mal wieder für ordentlich Schnappatmung. In einem Traum aus schwarzer Paillette bringt die 30-Jährige den roten Teppich zum Schwitzen und testet ganz nebenbei, wie kurz ein Mini-Kleid sein kann. Aber wenn es jemand tragen kann, dann mit Sicherheit Sophia Tomala. Das hautenge Outfit setzt ihren Hammerkörper wie immer gekonnt in Szene und auch Sophias unzählige Tattoos kommen durch die Armschlitze des Kleides perfekt zur Geltung. Mit ihren tiefroten Lippen und dem mysteriösen Blick sieht sie wie immer ratenscharf aus und macht dem Ruf als Sexbombe alle Ehre. Puh, für dieses Outfit sollte sich Sophia Tomala so langsam einen Waffenschein zulegen. Gerade für ihre männlichen Fans ist das Model die perfekte Traumfrau, doch Sophias Herz ist zumindest momentan nur für einen bestimmt. Seit mittlerweile über einem Jahr ist sie nun schon mit dem Fußballtorwart Loris Karius liiert. Mit süßen Schnappschüssen wie diesen lässt uns das schöne Model gelegentlich an ihrer Liebe teilhaben. Tja, da muss sich die Männerwelt wohl doch vorerst noch mit so heißen Outfit Schnappschüssen wie diesen zufrieden geben.